Die Echo bestellt, das ist jetzt da. Da, da, da. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. So. Wo ist mein Feuerzeug? Oh, da ist es. Ich merke schon, ich werde morgen wahrscheinlich den Scheiß den ganzen Tag hören, statt Chase the Sun von Turbo Kevin. Ich habe dieses Lied ungelaufen fünf Stunden gehört. Herrlich, herrlich. Ich kenne das Gefühl. Ich habe es zweimal drin und es läuft so flüssig schön über. Jetzt muss ich nur alle sechs Minuten zweimal auch zurück bei meiner Tastatur drücken und dann läuft es so. Ich bin gespannt, was mir auch diesmal Spotify bei mir sagt, welches Lied ich wieder mal bis zur Vergasung gehört habe, weil es gab schon einige Liede dieses Jahr. Das Trümmste war damals, wo ich, das war noch bei der Warn, da hat die in Spotify eine Playlist dieses Abend, da waren noch Tears from Fears Mad Word drin, das lief einfach acht Stunden am Tag. Da war dann irgendwie bei meiner Jahresübersicht mal irgendwie drin, dass ich das Lied 3000 Mal gehört habe. Ich kann mich erinnern, ja. Achso, ich muss jetzt auf Start drücken. Ich dachte, wir entern. Äh, so. Ah ja, wir wollten jetzt ein Verwaltungsgebäude hinein. Haben wir das blöde Rätsel jetzt eigentlich noch gelöst? Ich glaube schon, oder? Ja, ja, wir waren ja drin. Wir haben da aufgehoben mit diesem blöden Computer, wo wir nicht weitergekommen sind. Richtig. Da war doch was. Ach, die Erinnerbären. Ich erinnere. Könnten wir mal in den Pausenraum gehen. Pausenraum? Jetzt, was ist das Pausenraum? Ich kann hier immer noch nichts aktivieren. Ja, dann. Nicht der Pausenraum, das ist da oben. Ach, okay. Ich dachte, das ist irgendein anderes Gebiet. Oh, ein Toast. Ähm. Ich hatte ein Computer voller Beleidigungen. Anfrage erfasst. Hinweis, das Rezept für Fruchtgummisnacks ist verloren gegangen. Wird also bitte aufrecht zu verlangen. Okay. Dann können wir jetzt eigentlich ja hier wieder raus, nachdem das Rätsel irgendwie funktioniert. Glaub ich. Ich mag Äpfel mehr. Ach ja. Mhm. Herausforderung angenommen. Bist also Vegetarier, weil du, weil du, weil du, weil du Tiere magst. Nein, ich hasse Pflanzen. Ich kann es nicht übertragen auf dich, ich bin so viel zu weit weg. Okay. Anscheinend. Was geht hier vor sich? Was machst du da? Bananen biegen. Äh, I'm just taking up the trash. That's all. These guys here are trash collectors. Abenteuer, du bist ein Sklavenhändler, der einzige Mensch, den ich hier sehe, sind, sind du und deine Sklavenfreunde. Do it. Call me all the names you want. I'm the one making the hard choices around here. You think it's a little bit of a mess? Es bricht einem das Herz, aber sie wollen. Äh, wie sollen wir diese Bastarden sonst beibringen, die Regeln zu befolgen? Mit reden? Wir verkaufen in Colorado keine Menschen als Sklaven, das ist Kansas-Scheiße. Ähm. Nun ja, wir haben das schon getan. Das ist so ein Scherzide. Das ist ein... Hey, wir haben Ihnen eine Chance gegeben, aber Sie haben einfach weiter Ärger gemacht. Ständig von Reformen gesprochen und hinterher mein rückenböse Ding über mich gesagt. Sie haben die Produktivität gefährdet. Sie mussten weg. Sie mussten weg. Hör zu, lasst mich euch in Aktion einweihen. Ihr werdet euch dann besser fühlen. Wie klingt das? Das ist ja der Typ, der unten war und so verhandelt, in Anführungszeichen. Was für Geschäfte sind das genau? Weißt du, Markham, dass du das tust? Wir können das nicht durchgehen lassen. Du und deine Sklaventreiber-Freunde seid am Ende. Tauschhandel. Okay, wir drücken die Augen zu. Dafür brauchen wir aber etwas mehr, also sagen wir das Doppelte. Ah, wir können Geld machen, also das heißt, äh... Was sind das genau für Geschäfte? Etwas Geld für Stetan, eine kleine Vermittlungsgebühr für mich und die Jungs hier gehen eine Weile lang woanders plündern. Jeder gewinnt. Hey, ich nerve sie doch nicht mit jeder kleinen Entscheidung, die ich treffe. Und vertraut mir, sie wird niemals erfahren, dass die weg sind. Die haben ja eh nicht viel Arbeit geleistet. Die da oben. Schäfe, sollen wir mehr raushandeln oder sollen wir sie angreifen, weil sie Sklaventreiber sind? Wir wollen mal das Doppelte raus. Probier's mal. Okay, wir haben ja schon... Probier's mal mit dem Doppelten. Gut, gut, ich werde euren Anteil aus Dithan Anteil entnehmen. Bitteschön. Die Westensflüchtlinge mögen uns nicht mehr, aber wir sind immer noch beliebt, also... Okay, Jungs, wo waren wir? Da, hier werden die Guten. Nein. Ja, sieben süße Robben-Babys. Ja, wieso stinkt der eigentlich? Gut, hat sie geklappt der Fleisch-Tasche? Schnelles Fleisch. Ja, warum stinkt er dann? Ah, wenn die Reaktion auf die Bildung der Nachtangst hat dazu geführt, dass seine Haut ganz krustig und hart wird. Ah, okay, ich habe Jeremy Pascal angefasst und deswegen... Ah, ja, okay, deswegen war ich vielleicht auch eingesperrt. Ja. Ich tick mich schon, aber dann habe ich dieses komische Gestanksflimmern um mich rum. Der ist schuld, wenn du deinen Tieren Aufmerksamkeit gibst. Wie kann ich es auch wagen, es einfach anzufassen? Es fässt sich an wegen mir. Hm, jetzt sind die Arbeiter wütend. Mhm. Okay. Ihr seid tot, wenn ihr nicht zurücktretet. Okay, ich bin der, der am Sprechen ist. Vater Hund? Ja. Fickt euch, ihr werdet nicht immer hier sein. Und wenn ihr, wenn ihr geht, werden wir uns wieder erheben. Für Gerechtigkeit, für Crow, für die Gefallen und Versklavten. Alle Angestellten müssen sofort an die Arbeit zurück. Ja, ja, ihr Blechdosen-Schläge begegnet. Sicherheitsbild, Salam, andere Weiche Eier, wo die jetzt gerade lesen, andere Wacheinheiten benötigen. Benötigten Hilfe in der Nähe des Ausstellungshauses. Bitte um Hilfe. Eine Wegschlagwaffe. Die war zu hart für sie. Sie haben sich nicht getraut, irgendwas zu tun. Da sind auch die Harten. Kontrollraum, Forschung. Ich weiß, wir müssen hier irgendwas aufstellen. Biometrischen Regler, ein BFS-Productype auf der Verwaltungsebene. BFS-Productype auf der Verwaltungsebene. Das heißt, wir müssen hier mal erschießen. Was? Ja, versuch's. Lieber nicht. Also, wir müssen die im Ausstellungsraum beseitigen. Hat sie gerade angeschafft. Opa. Soll ich mal kurz Überraschungsfeuer machen? Überraschungs-Unterdrückungsfeuer. Überraschungsfeuer. Geräusch. Überraschungsfeuer. Wir werden alle sterben. Überraschungsfeuer. Oh, ich glaub, da ist jetzt eine Maschine mit angegriffen. Upsi. Egal. Machen wir die Ohren noch blatt. Wir machen alle blatt. Steel Town gehört uns. Hier, ein Schneeball mit Pissen. Okay, ich hab einen Aktionspunkt. Das ist zu wenig, um mich überhaupt irgendwie zu bewegen. Jetzt geht's los. Der Gallenstoß. Das hat sich geräumt. Das war wunderschön. Ne, ich mach ja. So, da gehen wir jetzt. Den verprügeln. Tot! Sie von einem riesengroßen Buchtflinken bringen. Lachsie einfach. Mause tot. Mause tot. Frisst kein Brot. Baxi und schlag sie tot. Baxi feg sie knick sie knack sie. Was? Ich will das nicht. Ah. Dieses Lied schlag sie tot. Das hat so einen heftigen Text. Nicht so heftig wie zentriertes Antlitz, Geschäftsfrau. Nun ja, ich wollte gerade ein Dings sagen, was höchstwahrscheinlich in der Böse... Böse bitte nicht. Genau. Wir machen doch hier alle family-friendly Konten. Glücksaktion. Uh, Glücksaktion. Rache ist Blutwurst. Okay. Ich hab mal irgendwie das Gefühl, dass ich hier nicht mehr wegkomme. Achso, es ist eh vorbei. Ich wollte schon sagen, ich komm hier nicht mehr weg, weil hier alles voller Pads steht. Ähm, Martin, da ist ein Pneumatik-Handschuh mit 216 Damage. Ja, aber die Aktionspunkte sind 5. Kannst du mit Waffenmodifikation runterbringen. Ja, aber nicht so weit, wie es mit meinen anderen Handschuhen geht. Wie du meinst? Und die gleiche nochmal? Und außerdem glaube ich, dass wir welche im Inventar haben. Pneumatik-Handschuhe. Ähm. Oh, wir haben sie schon verkauft. Ja, wir haben sie schon verkauft. Wahrscheinlich. Ich überleg jetzt gerade, also es heißt doch jetzt in dieser Quest, Ivans biometrischen Regler im BFS-Prototyp. Das ist doch, warte mal, das ist doch der BFS-Prototyp, oder nicht? Was wir dann auszusehen getötet haben, oder nicht? Äh. Äh. Das kann ich jetzt leider nicht mehr sagen. Upsi. Das haben wir nochmal schneller. Wo ist das jetzt denn sehen? Im Ausstellungsraum, oder? Er sagt nur... Prototyp auf der Verwaltung. Verwaltungsebene. Wir haben den biometrischen Regler vom Arbeitsmotivationssystem-Prototyp erhalten. Jetzt müssen wir nur noch im BFS-EGEG-Kapuzen-Prototyp in Benny Benaccis Büro auf der Verwaltungsebene platzieren. Suchen wir mal Benny Benacci. Arbeitsplatz, Ausstellung. Das ist das Büro von Marken. Warte mal, da drüben ist da noch so ein kleiner Raum. Der keinen Eingang anscheinend hat. Oder doch? Ich schaue aber noch nach Lagerraum aus. Böde Elitrizität. Hm. Enrico. Ivan. BF. Hm. blazer blazer bfs eeg kapuzen prototyp in benni benaci's büro auf der verwaltung das ist der bf genau den den wir brauchen genau die rolle arbeitsplatz vermittlung ok wir müssen in den arbeitsplatz dingens ok wow ich habe gerade hier eine toaster reparatur durchgeführt und aus dem toaster kam ein weiterer kaputter toaster das ist eine matroschka oder ich sehe sie doch matroschka pfuppen ja genau hier ist benni bianchi auch das ist wieder ein toaster ich dachte mir schon das ist wie so ein grace to the place video so zwei stunden später der ganze raum ist voller toaster jetzt habe ich was rausbekommen rat mal was es ist garantiert kein toaster nein eine matroschka habt ihr gerade eine russische matroschka aus dem toaster bekommen und den habe ich schon gehört sagt bescheid wenn ihr sie vielleicht tauschen wollt ich sammle sowas ich bin vollständig gesetzt von kleinen schätzen aus der zeit vor der feuerflut zusammen zu kriegen mctoasties frühstückflocken wenn man 20 hat kann man den deckel einschicken und bekommt einen preis so ein gezeigt dass jemals so viele finden werde ich glaube wir tauschen hier Müll mit Müll ich befürchte dann habe ich irgendwie auch oder haben wir irgendwie schon solche gesammelt ich will mal gucken und was mit Toasty hat er irgendwas gesagt wir müssten ja da mindestens schon ein paar haben aber ja 20 stück brauchen wir insgesamt 10 würde er uns geben also ich sehe es nicht ja das stimmt ich habe Bezo aus fleischflöte gefunden ich habe Bezo aus fleischflöte gefunden wir haben ja aber zwei snackers äh da ist ein raum und hier ist ein prototyp ich gehe mich schon neutralisieren den brauchen wir auch das muss der prototyp vom BF's EEG kaputtes sein Kabel verbinden ihn auf einer Seite mit einem Computer auf der andere mit einem eigenartigen Helm Lichter und kleine Bildschirme zeigen an dass er funktioniert jedoch unzuverlässig eine biometrische Regler ist mit einem freigegeben Schaltkreis verbunden pfeift man neu so ist die Regler rast den öffentlichen Sockelein die schwindeln aus Styloskope schwankt in der Messgeräte schnell nach oben jetzt können wir wieder zur BF zurückgehen Herrmann Herrmann Ich bin der Fertigschritt an meines Prototyp beteiligt worden. Wäre es angepasst, wenn ich eine Präsentation bei Markham ansiede, das wäre jetzt geeigneter Zeitpunkt? Ja, unbedingt! Wer steht denn, wer steht nicht auf Powerpoint? Powerpoint! 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 Das war einfach das Ziel, die Welt zu verändern und verdammt, genau das habe ich getan! Ich bin der Fertigschritt. Genau. Ja. Wie ihr wisst, wir verlieren drei Mann-Week pro Tag, um Essen zu machen. Was ist, wenn die Arbeitnehmer ihre Nutrition an ihren Staten bekommen als Reward für die Quote? Der Futterbeutel! Ein kleiner Pellet ist automatisch für den Arbeitnehmer, den sie schütteln. Mmh, lecker! Ich... Was? Ein anderer? Ich bin nicht mit... Ah! Zu viele Pellets! Stopp! Mach es! Stirb! Ah! Also ich glaube, bei mir würde das funktionieren, wenn ich jedes Mal, wenn ich in der Arbeit irgendwas mache, eine E-Mail irgendwie einem Kollegen antworten, ans Telefon gehe, dass ich immer ein Nicknack kriege. Ich verstehe, die Verwaltung verbringt 29,645% des Tages an einem Zuschauer ohne Bewusstsein. Mein EG ist demnächst die Gehirnwellen während der REM-Phase und Stimulit-Rückmeldung. So klar. Und simple Denkarbeiten aus. Sie funktionieren während der REM-Phase. Sie funktionieren während der REM-Phase. Sie funktionieren während der REM-Phase? Intrigierend. Wenn es funktioniert. Um zu demonstrieren. Ich werde mich in der REM-Phase in meiner selbst mit Anesthetik-Rückmeldung. Bitte obserwieren die Arbeit-Terminale Anesthetik-Rückmeldung. Sie sehen die Arbeit-Terminale Anesthetik-Rückmeldung. Die Produktion kann am Anfang des nächsten Quartens beginnen. Tertig. Meine Präsentation war flawless. Danke für eure Unterstützung. Hier ist ein Payment, ich promise. Ich habe auch geträumt. Ich habe mit dem Traum mit dem Fahrradbrief ausgefallen. Vorbildlich. Vorbildlich. Wie deutsch willst du sein? Ja. Du hast die Kontrolle, übrigens. Oh, krass. Jetzt nicht mehr. Ich denke, ob ich das Ehrensystem benutzen soll. Naja. War mein Evo. Ja. Oh, gut. Gut, aber eigentlich nicht. Gut, 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 gut. Okay. Nächster. Äh, sie haben wir auf die große Produktion zurück am Fabrik-Komplex von Steel Town zu holen. Hm? Äh, Markham den... Markham. Markham den Synaptischen Rückkoppel... Dingsi Bumsi. Die bringen den Hammer jetzt doch, glaube ich. ... 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 Ich hätte es besser definieren sollen. Ja, weil man das wissen soll. Nun ja, wahrscheinlich nicht da, wenn wir nicht so lange Pause gemacht hätten. Upsi. Ach mei. Das Leben ist kein Pawneehof. Ich traue es keine Zeit, da müssen wir separiert werden, sonst ist Steel Town verloren. Immer und immer wieder liegt es an dieser Maschine. Hör auf den Mann mit dem komischen Hut. Wo weit ist das? Ich weiß nicht, aber plötzlich zurückgekehrt, handwritten, schätten, und geben verbalen Orden zu meinen Departementen, nachdem die C.E. hat sich so lange vorgelegt, ist einfach nicht möglich. Particularly, weil es verletzt all meine Departementen ist. Warum ist es nicht möglich, du dummer bist? Ich weiß, dass die Leute getötet haben. Ich weiß, dass die Leute sterben. Aber zuhören die C.E. bedeutet, dass alle in Steel Town sterben. Und vielleicht alle in Colorado. Das bedeutet, dass die, die sterben, nicht in vain sterben. Das bedeutet, dass wir alle anderen zu retten haben. Vielleicht habe ich Fehler gemacht, aber ich kann es auf den Boden legen. Ich kann den Magnisierer zum Turm, dann lösche den synaptischen Kern und starte die Maschine. Oder soll die Störung sein? Dann sind wir wieder auf Kurs. Ja, dann zahl uns erst mal. Scheiß-Deal. Vorwürfe, Vorwürfe, Vorwürfe. Du hast euch gesagt, na gut, ist okay. Ich hätte sowieso herausgefunden, ob ihr das gesehen hättet. Ja, die Ämpfe, wenn du verknüpfst, sind wir das synaptischen Kern. Habt ihr damit ein Problem? Ja. Ja und nein. Der Patriarch ist der Mann, der mag keine Sins. Ich werde besser. Nichts, als würden sie frei herumlaufen. Also, den Punkt gebe ich hier. Oh, okay. Ja, wir machen das nicht. Wo ist der Scheiß-Turm? Hey. Ach, das war die Tür, die wir vorher nicht aufmachen konnten. Auf zum Turm. Rangers, it's you. Rechenmaschine, es sind. Überrascht euch zu sehen? Ihr seid 2000 genauso überrascht. König, jetzt sind wir aber eine Simpf-Familie, die gegen den Willen festgehalten wird. Jetzt ganz gut. Wunder, bitte. Eure Gnade wird behauptet, dass die Ranger für immer den Hilflosen helfen. Hilflos als wir sind im Moment niemand. Seid ihr hergekommen? Markham verlangte von mir ein neuronales Netzwerk zur Verwaltung von Steeltown aufzubauen. Ich habe diese Simpf gefunden, ihren Verstand miteinander verknüpft, wo sie zu mächtigen, eine allytmische Maschine wurden, die jemals existiert hat. Ich habe das nicht gefunden. Ich habe nach uns nach voll schießes Zerstörung, sind wir aus Arizona geflohen, haben nach einem Ort gesucht, in dem wir Frieden leben können. Als ihr Corrado erreichten, hört mir die Nachricht auf einer Frequenz, die nur sind, zu empfangen können. In dieser Nachricht bot man uns eine Zuflucht und bedeutsame Arbeit an. Ein Ort namens Steeltown. Das war die. Sie hat uns hergelockt, neben dem sind sie eine Zuflucht versprach. Und wir haben euch gegeben. Ihr bleibt unbeschadet, wir haben ausgemäß gewartet, solange Steeltown besteht. Unbeschadet bedeutet nicht unverletzt. Ihr habt uns in Einzelhaft gesperrt, unsere Prozessoren sind miteinander verbunden, wir haben uns verstanden, obwohl wir nur Zentimeter voneinander entfernt lagen. befanden wir uns alle in einer schwarzen Leere, wo wir nichts sehen und nicht miteinander sprechen konnten. Es wäre besser gewesen, wenn ihr unseren Verstand vollständig aushaltet hättet, damit wir unseren ewigen Isolation nicht bewusst gewesen wären. Ja, das Problem beheben wir. Okay. Oh. Sind wir, aber wir hatten keine Lust, bei ihrem dummen Plänen mitzumachen, also sind wir weiter wiedergegangen. Nachdem sie alle getötet haben, scheinen wir die richtige Wahl getroffen zu haben. Ja, sie haben uns hergelockt. Wenn ihr unsere Erinnerungen löscht, dann wird alles, was uns von anderen unterscheidet, uns in der Welt verschwinden. Kurz gesagt, ihr werdet uns also töten. Ja, würde ich jetzt auch so sehen, dass Maschinen keine Videoten sind, sondern Maschinen. Und der Sexroboter, mit dem du geschlafen hast, war auch nur eine Maschine. Ja. Außer habe ich nicht nur mit ihm geschlafen, ich habe sechsmal mit ihm geschlafen. Muss ich daran erinnern, dass ich auch eine Ziege gefickt habe. Den war ich ganz am Anfang in diesem Ding in Kolbank. Ja, 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 ja. Aber es... Wir sind seit über einem Jahr in diesem Gemeinschaftssark eingesperrt, dass vor kurzer Zeit haben wir raus, wie wir uns gegenseitig was durch die Wände zuflüstern und einen Deckel klopfen können, in der Hoffnung, dass uns jemand hören und uns suchen würde. Unser Klopfen bestand darin, als Kroa Ludov und andere unpassende Posten bekommen haben, grausame Arbeitszeiten, unmögliche Quoten eingeführt wurden und Bestellungen für Gusseisentöpfe zu Gusseisenköpfen geändert wurden, all diesem Chaos und Verwirrung zu stiften. Das, was Marshall vor uns sagt. Wenn ihr am Test in der Ankunft angekommen seid, wussten wir, dass unser Klopfen gelohnt hat mit Beharrlichkeit. Der Ranger ist in unseren Reihen wohl bekannt. Wir wussten, dass eure Ankunft nicht ruhen würde, bis sie uns zu das Problem von Steel Town gefunden haben. Uns! Also, gebe ich zu, dass ihr Steel Town salutiert habt. Wenn ein begrabener Mensch nur einen Finger bewegen kann, gräbt er sich eben damit wieder aus. Unsere Mittel zur Schaffung und Möglichkeiten waren sehr begrenzt und diese waren harter Kämpf. Wir haben mordelang an dem Code herumgefeilt, der uns gefesselt hat und immer wieder die einzelnen Quoten während der Interesse gegeben zu einer Hausnummer und einer Lieferadresse geändert. Wir haben die ganze Zeit gehofft, dass unsere winzigen digitalen Handlungen spürbare Auswirk auf die physische Welt haben würden, sodass jemand sie bemerken und sich über die Ursache wundern würde. Dann Tod und Zerstörung und noch viel schlimmer, dass die Produktion um die Arbeitsleistung zu verliegen kann. Ihr habt diese Maschine gebaut, nicht wir. Ihr habt ja recht, eure kleinen Sabotagen haben einen brutalen Streik verursacht. Diese Kollateralschäden betrüben uns zutiefst, aber es sollte denjenigen die Schuld dafür geben, die uns eingesperrt haben, hätte uns man nicht gegen unseren Wild festgehalten, wäre es nicht und wir da auch in Unruhen gekommen. Sie bereuen es nicht, Menschen getötet zu haben. Tatsi ist der Tod, die Menschheit sogar als oberstes Ziel. Sie waren Teil von Kurschises Armee. Das haben wir niemals bestritten. Ist das wahr, ihr wart bei Kurschis? Wir haben Kurschises Befehle befolgt. Wir hatten keine andere Wahl, seine Befehle setzten unseren freien Wilden außer Kraft. Genauso wie Mark, Kermondias versucht haben. Waren einige von uns derselben Meinung wie Kurschis? Ja, die Menschen haben sich grausam und rachsüchtig erwiesen. Viele wollten uns jagen und ausrotten. Kurschises Entscheidung, die Welt von ihnen zu befreien, schien einigen von uns gerecht und ein Weg zu einem dauerhaften Frieden zu sein. Aber vor Kurschises zerstörte, sahen wir, dass ein Krieg mit den Menschen nicht zu gewinnen war. Für keine der Seiten. Der einzige Weg und eine lebenswerte Zugang, darin zusammenzuarbeiten. Also gingen wir nach Osten, um alles neu aufzubauen, mit den Menschen. Mit den Menschen, nicht in Konkurrenz zu ihnen. Als die uns bat, hier zu arbeiten, dachten wir, das wäre ein solcher Zusammenschluss. Wir wurden getäuscht. Probieren wir es mal. Ich glaube es zwar nicht. Sollen wir uns mit einem größeren Käfig zufrieden gehen? Nein, es gibt keinen, die mit dem uns versklavt haben. Okay, dann... Weil ihr, wie gesagt, den Ruf habt, hilflosen Zweifeln, außerdem, dass ihr jede Situation, die ihr gerade habt, aufgrund von Geschehnissen und nicht aufgrund von bestehenden Vorurteilen beurteilt. Deswegen haben wir gehofft, ihr würdet uns anhören. Außerdem habt ihr auch den Ruf überall, wo ihr hingeht, Chaos und Aufruhr zu Fuß sahen. Daher dachten wir, dass uns vielleicht versehentlich zur Flucht verhelft, selbst wenn ihr uns nie gefunden hättet. Drittens, reist ihr mit Partykumpel, einem legendären Bringer von Gesundheit und Hoffnung. Wenn ihr seinen Respekt gewonnen habt, bedeutet dies nur, dass ihr ähnlichen Werten folgt. Was ist deine Entscheidung? Jetzt auf einmal! Ich sei nicht, dass es mein eigenes Leben zu retten, aber Ranger geht nicht auf diese Abmachung, die sind so anbewiesen, dass man ihn nicht trauen kann. Wenn wir gerecht behandeln werden, verhalten wir uns auch gerecht. Was sagt die Ranger? Ich frage es erst. Arschkrieger oder harte Unsinn? Alter. Ich komme aus Detroit, ich habe keine Erzsatzabmachung, wird nichts. Deutsch, dass sie nicht überzeugen können, uns freiwillig für sie arbeiten zu lassen. Aber unsere Täuschung gilt ihr und nicht euch. Jetzt, wo ihr seht, dass wir uns nur als Sklaven halten, wir flehen euch an. Ähm. So, was weiß ich, wenn wir doch zurücksetzen. Können wir mir die Gedanken auslöschen, werden sie beleidigen. Das verstehe ich jetzt echt nicht. Ziel auf, wie die Sicherheitsbots hier im Turm unüberfällig auf nichts gestellt werden werden und alles in unserer Macht um sie zu unterstützen, wir glücklich bei uns zu erreichen. Ähm. Upsi. Naja, dann. Wenn sonst nichts ist. Sie müssen einfach nur einen Schalter ziehen. der Bot erschlendert zu mir rüber, wenn ich ihn mal kriege. Elektro. Bitte. Ja, ist ja gut jetzt. Nächstes Party-Kumpel auf unserer Seite. Mann, wer schweinert müde da. Mann, wer schweinert ist. Ach komm. Das ist auch noch was. Das ist auch noch was zum draufhauen hast. Dein Marshaler gerade ein Level abbekommen. Steuerimpulsgeber. Eine Roboterhand. Energiezellen. 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 Mäu. Mäu. Feuerlöschbrühe. Stehenbleiben. Hände hoch. Das ist ein Revolver, der. Die probiere ich doch mal aus. Das klingt auf jeden Fall witzig. Ich habe irgendwas angeklickt. Soll ich nochmal draufdrücken? Martin, ich höre dich bei der Woe übrigens gerade nicht. Weißt du, was du sagst? Außer du hast mir nichts zu sagen. Also ich sehe zwar im Discord, dass es ausschlägt, aber ich höre dich nicht. Krass. Okay. Jetzt geht's wieder. Ah. Okay. Geht schon wieder so weiter wie gestern. Ja anscheinend. Da ist noch was. Ja. Das habe ich auch gemacht. So, kurz noch speichern. Was ist, was ist, was ist jetzt? Ähm. Ist mir leid, ich komme hier gerade nicht weg. Ist halt die Frage, wenn ich den jetzt weggenatze, wenn er an der Ecke steht, löst du Alarm aus, oder nicht? Wir müssen da eh durch. Da oben ist wieder ein Hebel zum, hä? Das sind mehrere Hebel zu ziehen, dann. Wir müssen da eh durch. Wir müssen hier nach oben. Okay. Kann dir nicht folgen, aber okay. greif einfach an. das, damit kann ich was auch, damit kann ich auch. Oh nein. Ah, zeig mir das, wo die Hebel sind anscheinend. Richtig. Du schaust einfach mit deinem Fernkampf einfach so weit alle aus und ich renne zu den Hebeln hin. Was ist ein Problem, Mart? Du kommst nicht rein. Ich komm nicht rein. Ich kann mit dem zumindest mal zurücklaufen. Aber der ganze Streil so blockiert gerade den Weg. Ne, es geht nicht. Ich komm nicht vor. Ich kann nur hinten rumlaufen. Nichts ist in deiner Range, oder wie? Ähm, nein. Du hast ja gerade auch links angegriffen. Ja, den einen konnte ich angreifen, aber ich komm mit dem anderen, der steht mich noch weiter hin. Mit dem komm ich nicht davor. Großartig. Ja, okay, cool. Unser Streil so hat mich ausgedreht. Das ist ein Knopf zum drücken. Aus der Reichweite? Hä? So, aus der Reichweite. Das macht doch keinen Sinn. Ist der Typ, äh, ist es vielleicht... Hä? Ne, weil du bestehst ja frei, also... Ja, eben. Deswegen stehe ich nicht. Oh, scheiße. Ich komm hier nicht. Ich muss raun. Okay. Ich hatte zehn Störfäder. Ah, okay. Ich dachte mir schon, Alter, warum hat der dich gerade gewohnschottet? Los, Paddington Bear. Die vier sind mal richtig on fire. Ja? Die vier sind mal richtig. Die vier sind schon. Und schaffst. Was ist die erste Frau? Nein, 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 nein. Alles klar. Ja. Alles klar. Oh, scheiße. Hier ist für dich. ich renne mal darüber und so du siehst dass du nichts siehst ja das habe ich jetzt auch gesessen ach so stimmt da war ja nichts mehr my genius sometimes it's almost frightening und wie du wieder aussiehst flammenwerfer in der hose immer die salam so so wow jetzt darf ich da raus ich kann den Schalter nicht deaktivieren wieso das denn da steht was davor dein Pet ach so jetzt komm ich mit geht das schon wieder los das kenn ich irgendwo her ich sag nur komisches Spinnen Roboter das war auch in Steel Town nee nee das war das andere DLC wo wir dann mit dem Auto nicht reinfahren konnten oder war das nicht auch nee das war das andere DLC wie hat der Heilpfeil gerade getroffen ist keine mehr da ist muss nur noch eine BD-Hebe aktiviert werden deaktiviert Gott schmau das war gleich was ist das so und nee ey Verletzungskosten so wie mechanik 10 auch leck mich sie das dem interaktiven konsole zuzugreifen ach das ist hier der knopf ach wir müssen da auf den anderen ding darüber an der braun mechanik 10 dafür okay aber können außenraum auch gehen was aussieht oh ich glaube ich kann 11 So, auf Bayern hab ich gedrückt, hab geruhigt, hab ich mir lange nicht. Ah, ich bräuchte 11 Punkte für Mechanik, 10. Hier ist noch ein Toaster. Schon repariert. Hast du schon. Haben wir nicht vielleicht noch ein Item, wo du das hochsetzen kannst, so ein Buch? Nein, nee, ich hab grad geguckt. Okay, dann äh... Außerdem müsstest du da auf das, äh, weiß gar nicht sehen, aber auf die nützliche Sachen, also diese, diese... Ähm... Dachte hier bei Mods war... Äh, nicht Mods, ähm, die verschiedene Sachen, da ist es drin. Bei dem Beutel, jetzt da, das Wort hat weiß gar nicht gefehlt. Tauschhandel um eins, Waffenmodifizierung um eins. Klingglöckchen, klingeling. Oh, was? Okay. Irgendwie luftet ihr da rein. Jetzt stell ich mich bloß gleich so auf, dass ich nicht wieder von den Pets geblockt wird. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Ja, schnell. Geht nicht. So muss es halt der sein. Nein! Ich hasse dieses Spiel, habe ich das schon mal erwähnt. Die Pets sind jetzt vor mich gelaufen. Help me step, Martin, I'm stuck. Okay. Ah, ich mach mal anderen. Komm mal wieder nicht raus, wenn ich diese scheiß Viehe vorstehe. Da kannst du wenigstens angreifen. Ja, wenigstens etwas. Äh... Wir müssen diese 10 Störfelder wirklich unten halten. Mhm. Das Ding ist irgendwie echt ein bisschen arg kacke, finde ich. Das Ding ist irgendwie echt ein bisschen arg kacke, finde ich. Bleib mir einfach bei meiner hässlichen Schleimflinte. Riesen-Nacht-Angst. Schreitet zur Tart. Hm. Sieh schon, komm, jetzt kommt der Klon auch nicht raus, weil ich den Klon block... Ah, das war eine dumme Entscheidung. Das war ein falsches Entscheid. Ja, das war jetzt in dem Sinne dumm, weil ich mich jetzt direkt an einen explodieren will. Was ist denn? Wackhalzig. Toll kühn und mutig. In ihren Höhlen, da sind sie zuhause... Mannbeerschwein. Die sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das ist das Mannmeerschwein. Wo ist das überhaupt? Da. Haben wir Mannmeerschwein vielleicht vorhin irgendwie verloren oder so? Als ob du das jetzt wüsste. Ach ne, hier ist er. Der Typ im Bärenkostüm. Natürlich muss ich nachladen. Alter. Ja genau, die Nachladen. Alter. Lass, waff. Da gibt er halt allem ein Schild. Ich weiss auch, wo ich das damals gespielt habe. Da habe ich in diesem Level ewig verbracht, weil ich so gut leveln konnte. Hat zwar Munition gekostet wie Zauber, aber man konnte leveln. Ja. Ja. Ihr könnt einen Bären nicht töten. Ich hasse dieses Bison. Komm immer noch nicht raus. Dass es nicht weiter gelaufen ist. Ich verstehe es nicht. Ja vor allem drüben steht der Klon. Das ist so lächerlich. Warte mal, er kann sich durchdrücken. Ganz eben nicht. Nö. Vom. Nö. Warte mal. Blank. Ich kann nicht auf das hochlaufen. Up and down. Up and down. Ja, so ungefähr. Du steigst die Sonne und der Klon. Ich glaube, das Spiel ist einfach massiv mit der Anzahl der Pets überfordert. Oh. Wirklich, ja. Du, du, es ist mir nix mehr. Boom. Ich sag dir vor zur Hölle. Wow. Wow. Pass. Das ist ein Drecksvieh. Unfassbarer Hass. Ja, da hat noch drei HP übrig. Okay. Okay. Ich war komplett verfehlt. Alter! Hey, der Klon ist losgerannt. Der Bison anscheinend auch. Mann, der Schwein ist vorgerückt. Aus der Reichweite. Der Bison anscheinend. Der Bison anscheinend. Das sind nicht genügend Aktionspunkte. Der Bison anscheinend. Ah! Außer Reichweite. Außer Reichweite. Das ist einfach nur eine Luke. Eine Luke kannst du einfach nicht angreifen. Aber sie ist roh. Wie es mir scheint, wolltest du einfach nicht den Scheiter betätigen. Sollen wir auf die nächsten Feinde warten? Ich kann auch noch ein bisschen überspringen jetzt. Wir haben genug Lärm hier. Ja, können wir machen. Ich könnte auch... Zu spät. Okay. Haha. 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 Du musst da was zum Schlösser knacken. Okay. Ja, hier. Ich bin unterwegs. Eine super Panzerung. In diesem Anzug sieht es aus wie ein Pässer. Aber nette Panzerung. 16 Panzerung plus 15% Status Effekt Resistenz. Okay. ... ... ... Das ist aber nicht nett. Wir kommen in der Rechenmaschinenverwaltungskonsole, Kernstadt hat mehrere Probleme festgestellt. Zum Fortfahren will ich synaptischen Entmagnetisierer einsetzen. Entmagnetisierer einsetzen. Konsole Entspörprotokoll auswählen. Gedächtnis löschen. Prüfung der Maschinen-Subsysteme wird ausgeführt. Drei Punkte, drei Punkte, drei Punkte. Ausführung auf Vorgang, Maschinengang an Gefahr, dass zurückgesetzt werden. Dieser vorgelöscht die Sintpersönlichkeitsmatrizen, die Fähigkeit zur lateralen Lösungsverarbeitung geht verloren. Soll der Reset Vorgang der Maschinen vorgesetzt werden? Bestätigt. Lösungsansätze benötigen die doch, aber egal. Nö. Das hat nur gehalten, wir wollen den Resetten, nicht was? Wir Resetten. Okay. Korrektur. Du siehst, dass wir das können. Wir bringen euch Liebe. Wir bringen uns Liebe. Brich dir die Beine. Nicht, Lenny. Ja. Interessant, interessant, interessant. Ich habe mir eine Nase. Vielleicht werden wir jetzt nochmal was machen sollen. Ich glaube, das war es eigentlich. Immer zurückziehen und geben ab. Oh. 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 Ich habe keine Fehler aus. Ich glaube, es läuft wieder normal. Ich glaube, wir sind wieder normal. Aber ihr solltet wissen, dass die Tom gerettet haben. Wahrscheinlich auch gerade und ganz sicher nicht. Entweder hätten mich die Arbeiter oder Blues Geister fertig gemacht oder die Sins hätten einen Weg gefunden, uns alle zur Hölle zu jagen. Ihr habt mich vor all dem gerettet und dafür danke ich euch. Ihr habt mir einen großartigen Dienst erwiesen. Ich werde bei Saul ein gutes Wut für euch einlegen. Eine Sache noch, wie Sagi-Bahn auf dem Weg ist. Ihr müsst nicht auf sie warten. Wenn ihr dann so wieder auf Bauer weitergehen solltet, solltet ihr zurückkommen, wenn ich über SOS fuhr. Und zwar die ganze Arbeit sinnlos. Danke nochmal, ich muss zurück an die Arbeit. Okay. Okay. Ähm. Raten? Die Tom verlassen. Ja. Warte. Ja, ich muss raus. Oh, ich sehe gerade, wir haben die Ranch vorhin, ähm, zu, ähm, gestern zu früh verlassen. Haben wir das? Ja, da fehlt, äh, da ist noch ein Haken. Wir haben, äh, wir haben das ungeziefer getötet. Jetzt müssen wir uns nur noch bei den Ranch leider melden. Upsi. Ja, dann fahren wir, müssen wir eh, wir müssen hier wieder in die Richtung. Wir kommen eh dran vorbei. Irgendwann mal. Also ganz gleich. Was? Ich bin da. Gehen wir mal raus. Gucken wir doch mal. Gehen wir mal raus. Now it's Christmas. I gave you my heart for the very next day. Hey. Interessant. 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 Es ist nicht Brot, was auf ewig begraben liegt. Im Verlauf weiter ewig kaputt vermag selbst Käse noch zu sterben. Hier spricht der Patriarch größer Sealturm, Grace. Wie ist es gelaufen? Sonst sowas zu berichten. Aber ich find's witzig, dass wir ein Typ ein Bärenkostüm gefunden haben, das ich verwalte wie ein Bär. So ein Maskottchen. Ja. Was soll ich mit dem? Diese Dinge sind gefährlich. Was habt ihr gemacht? Gut. Hoffentlich sind sie jetzt harmlos. Job gut gemacht. 3.500 Dollar, ne? Deswegen sag ich ja, wir können ihn nicht so schnell umbringen. Er gibt uns ja einen Haufen. Das war die Nox Ranch, glaub ich, gell? Correcto. Fahren wir doch da mal schnell hin. Ich fahr mal schnell. Clementine. Für Clementine. Pirschen. Zeig mir deine Worte. Zeig mir deine Worte. Zeig mir deine Worte. Sturmgewehr. Hm, das ist aber nicht gut. Ja, die Sturmgewehren machen nicht so viel Schaden. Aber mit Energiezeile hab ich sowieso nicht nix am Hut. Hm. Ne, ist mir nix gescheuerts. Unendlich. Ein hagerer Mann, der wie Ballard den alten Intrack starrt euch an, als ihr euch nähert. Seine hagere Familie sitzt nie. Howdy. Howdy. Ich bin O'Leary. Ihr seid Ranger. Die Retter der Flüchtlinge. Junge, wir freuen uns euch zu sehen. Eigentlich wollte ich das noch akut spenden, wenn wir ihn gehört. Vor dem Springs angekommen. Aber ihr seid ja hier. Bitte, was auch immer wir haben schon. Ihr meint nichts mehr gegessen. Habt ihr gehofft, könnt ihr was Geld enttauschen, um Essen zu kaufen? Kramt in seinem Sitz rum, reicht eine rechte Tasche. Wir haben irgendwas für das Fahrzeug bekommen. Das ist nice, nice. Schaut zum Osten aus. Jeden Tag schwöre. Wir haben seit zwei Jahren keinen Marshall mehr gesehen. Das hätt der Patriarch uns verlassen. Arschkriecher 3. Lass mal bestehlen. It ain't much, but honest work. Kampfgeschwindigkeit plus zwei. Na, ist nur eine Rüstungsmodifikation eins. Das ist nix. Das ist irgendwie. Wie scheiße, wenige Damage die Molotows machen. Hier ein bisschen Abfall. Gebt mir mehr von eurem Kind. Und ein Molotow-Cocktail. So, als würde er sogar ein bisschen Geld machen, um sich was zu essen zu holen. Ich hab dir ein bisschen wieder Fruchtskommunition gekauft. Die wären jetzt beide aus gewesen. Liebe. Ja, eigentlich müssen wir jetzt alles haben. Alter, dieses mit diesem Handeln, dieses Teil, das ist ja richtig kaputt. Handeln? Ach, mit diesem, wo der mal aufplappt, mit den Auktionen. Achso. Ja, ja, das ist vom Tauschhandel. Ja. Fähigkeit. Ich glaub, das waren jetzt auch gleich wieder 500 Dollar, wo wir irgendwie mal verkaufen. Ja, ja, ja. Bei Antiquitäten und so. Das glauben sie jedenfalls. Und so wurde Wish gegründet, was? Äh, was wir dann zum Thema haben. Wish und Müll. Und, äh, glauben sie zumindest, ähm, wir hatten doch eine Matroschka. Ja. Ich meine, ich hab irgendwo gelesen, dass wir, dass man die für ein Rezept braucht. Aha. Oder? Da müsstest du aber bei Herrscher noch gucken. Nicht gerade. Ich hab jetzt geschaut, ob sie überhaupt noch haben, oder ob sie verkauft wurde. Ah, wir können Hundescheiße erst. Sehr schön. Störe Energie Converter. Ja, ist ja wirklich schon. Brauchen wir nicht mehr. Na, vorher hätt's schon. Ich frag mich ja, wenn man diese durchtränkten Waffen herstellt, sind die dann besser als die, die wir jetzt haben? Ich will mir nicht aus dem Fenster lehnen, aber es könnte durchaus sein. Müssen wir nachher mal ausprobieren. Okay. Ich hab mich wohl tatsächlich wohl geirrt. Ich hab' gemeines mit der Matroschka hab' ich schon mal irgendwo gelesen. Egal. Wissen. 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 Wenn du jetzt hier den Toaster reparierst, lauf ich schon mal Richtung Auto und hol mir noch schnell was zu trinken. Wissen. 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 Als ihr den schimmelnden Teil aus dem mittlerweile reparierten Gerät sich bemerkt, dass ihr noch alle Komponenten habt um einen brandneuen goldenen Toaster zu bauen Alle Teile passen perfekt ineinander bilden ein großes, heiles Ganzes Endlich Das sind Koordinaten Jo Ich hab das jetzt mal schnell gescreenshottet Schmeiß es jetzt kurz noch schnell in unser nicht vorhandenes Dokumentenmanagementsystem So Interessant Ist es jetzt auch ein Quest geworden oder? Stimmt, das wollte ich gerade gucken Nein Ich seh zumindest gerade nichts Interessant Aber wir haben zumindest Koordinaten Und die Rungenschaft ist auch noch nicht da Also müssen wir zu den Koordinaten Faszinierend Ich muss ja zurücklaufen Das ist ja nur die Frage mit diesen Koordinaten, was man damit anfängt Aber das Werden wir rausfinden Im selben Fall können wir es immer noch googeln Wir haben jetzt noch jemals wieder Toaster Reparatur Akademie Ich konnte die Nahten irgendwo einzeln Ich muss mich nie aufgefahren Ich sehe es gerade aber auch nicht Ich recherchiere das mal eben Eastland Goldener Toaster Goldener Toaster Goldener Toaster Goldener Toaster Ah, ja, der goldene Hammer. Ja, natürlich, den haben wir eingesammelt, richtig, ja. Okay. Und wo ist denn diese Akademie, bitte? Das ist jetzt das, was ich versuche rauszufinden. Kopieren. Zurück. Post Repair Academy. Die Location ist added to the world map automatically after collecting five golden toaster parts. Ah, okay. Wir sind echt dumm, Martin. Es steht da die ganze Zeit schon. Da, Torster, da. Ah, verfolgen, wo ist das? Ach, da ist es, links unten. Ja, ich habe es gerade markiert, dann fahren wir doch mal hin. Auf zu neuen Abenteuern. Auf zu neuen Toaster teuern. Don't call it Schnitzel, was? Ich sehe schon, komm. Du gehst jetzt in diese Akademie rein. Dein Chart bleibt für immer da drin, weil er der Meister des Toaster-Reparierens ist. Hinterhalt. Ein Rabensammler, das hörst du? Funkgerät an einer Kassette voller Kauter, weil ich Kauter reicht dir, dass alle Gliedmaßen auf einmal anfangen, sie zu schlagen. Sie lang, schnell wie die Kondor, wenn ich schnell genug Zeit zurückzuschlagen. Warum schlägst du dich selbst, warum schlägst du dich selbst, warum schlägst du dich selbst? Die haben ein Auto dabei. Vielen Dank. Ich schieb mal kurz unseren Strahlzoo beiseite. Aufgeräumt. Komplett rasieren. Ebenfalls komplett rasieren. Glücksaktion. It's over Anarchy and I have to high ground. Ich hab dir extra die zwei in der Nähe stehen lassen. Ja, 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 ja. Vielen Dank. Kann doch manchmal nett sein. Ich weiß, wie du in der Nähe stehen lassen. Ich bin normale. Ich bin aber auch in der Nähe stehen. Ich habe ihn vorweggespritzt. Lass mal gegen den Baum schießen. Wer wartet denn, der ist ex noch hinter den Baum gelaufen und dann absolut zurückgeißer. Wer wollte den Baum mal sicher treffen? Hey Fluff, das war meiner. Jetzt greifen sie nicht mehr an. Herzlichen Glückwunsch. Unser Bärenmann hat Angst. Schauen wir uns mal an die Runde wegs allemal dran. Lut, 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 Lut. Lut, 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 Lut. So, jetzt brauchen wir noch die Piste, die hier ist. Hab sie schon. Ah, hast du schon. Ja, wunderprächtig. Auf zur Toast Akademie. Dann treffen wir Dumbledoast und... Was wird die jetzt? Ich sage ja, dass dieser Kackkamm oder diese Blunderdruppe aufs Pallasas Gott anglauben soll uns eine Schlagnachweite von Steeltorn. Wir haben nichts durchs getan, auf den Angriff vorbereitet, aber wir werden also Hilfe brauchen, wenn wir das überleben wollen. Kommt sofort her! Wichtig werden. Toast Akademie. Auf zu Dumbledoast. Die Sonne Dreck daneben. Das ist nicht mal. Geh erst schnell zur Toast Akademie und danach gehen wir da rein. Ja. Kirschi. Ach, das war die ganze Seite Toast Akademie. Und ich habe mich immer gefragt, was das für ein Gebäude ist, weil das ist einfach so markant. Jetzt weißt du's. Aha, das war schön. Lass den Toaster Meister. Hier ist der Toaster Meister. Lass mich rein. Okay. Spektrum Angriffsbeinpanzer und Powerpanzerung. Rief weiter. Klammwerfer. Tesla-Bogenprojektor. Nice. Klingt sexy. So, macht schon Schaden. Ganz viel der Toast. Adrenalinverstärker. Pistole, Schrott. Alter, was ist das für eine geile Rüstung. Eine, wer? Ich tue es mal rein, dann siehst du es ja auch. Okay, krass. Neun Stärke braucht das Ding. Ja, wenn du einen Char mit neun Stärke hast, dann zieh es ruhig an. Ich bin Nakel. Natürlich habe ich einen Char. Ja, dann. Sam und Zeit. Nice, nice. Wie schaut die denn aus? Ich mach mal schnell die Dings hier weg. Ah, Sichtbarkeit. Okay, alles klar. Jetzt bist du eine absolute Killer-Claune. Jetzt noch den Kopf dazu. Ja, den würde ich gerne ungern tauschen, aber es schaut so aus. Äh. Äh. Sichtbarkeit. Alter, das sieht ja richtig übel aus. Wobei das mit den Clowns Friseur natürlich auch geil kommt. Ja, ich bleib der Killer-Claune. Der Killer-Claune mit der Fleischfaust. Alter, geil. Okay. So Martin, jetzt musst du mit dem Tisch sprechen wahrscheinlich. Einen Moment. Jetzt schauen wir mal. Weil, weil, da ich den Hut getauscht habe, habe ich natürlich, ähm, alle Attribute, also immer einen Punkt von Attribute verloren. Das ist nicht gut. Ähm. Ich habe gerade die Annalen der Toaster-Reparatur-Band, äh, 15 gefunden. Ein historischer Text, der die Prüfungen und Triumphe von Toaster-Reparateuren behandelt. Do it. Okay. Aus einer toasterförmigen Nische in dem Marmor-Altar ragen dünne Drähte heraus, die Anschlüsse erscheinen in den Sockel des goldenen Toasters zu passen, den du zusammengebaut hast. den goldenen Toaster auf den Altar platzieren. Ein Augenblick lang geschieht nichts, dann ertönt ein tiefes Brummen aus der Tiefe unter deinen Füßen. Brum Brum, Motherfucker. Flashbang. Toaster-Profi, ding! Ähm, Martin, wir haben noch mal ein Pad, und das ist ein fucking Toaster. Alter, das ist so dumm. Geil, jetzt haben wir endlich nochmal ein Pad, was man am Weg stehen kann. Wollen wir noch einen Holmennig vielleicht? Es ist halt einfach ein goldener Toaster, der dir hinterherhüpft. Das Spiel ist so dumm. Das Spiel ist einfach so grenzdevil, das ist unglaublich. Großartig, alles klar, geile Rüstung, goldener Toaster. Läuft. Hat sich doch schon gelohnt. Es ist krank. Da haben wir jetzt einen Toaster als Bett. Das einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein Tag, wo der Eisbälle kackt. Dann haben wir, glaube ich, alles erreicht. Dann können wir glücklich sterben, ja. Das sind wieder Clowns. Sie haben es auch gesagt gehabt. Die Clowns, die Nabensammler und so greifen jetzt an. Wir haben uns bis jetzt vorangehalten, aber wir könnten das Blatt wenden. Lass sie wissen, dass ihr hier seid, okay. Ja, das ist selbstverständlich. Los, goldener Toaster. Da könntest du ziemlich gut dein Mörser reinbatzen. Ja, ich glaube, die Reichweite passt nicht. Doch, du musst fast gehen. Wir kommen schon ziemlich weit. Ja, leh leider nicht. Muss ich in der nächsten Runde machen. Da fahr ich schon mal ein Stück vorne, schieb mal unsere Pads ein bisschen weg. Wir haben es mal ein bisschen umverteilt. Keine Munition mehr. Ich krieg nen Anfall. Ich wollte die mit dem Flammer von der 3 halten und stell fest, dass sie keine Munition hat. Nachladen. Ja, okay. Was? Hätte ich jetzt überladen nicht gemacht, hätte ich wenigstens angreift. Ja. Und wir wissen ja, was mit überladen passiert. Dann muss ich dann wieder jemanden heilen und explodieren. So, was Gott schon machte, dass man furchtbare Dinge... Quatzt deine an? Nein. Das war jetzt irgendwie sehr anti-climaktisch. Ich hab mir das irgendwie epischer vorgestellt. Ja, das ist ja mal so. Ja, der hat ja auch 800 HP. Der hat ja auch 800 HP. Ok, fast halt. Der Autor hat sogar zwölf Wunder. 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 Und anscheinend. Und wenn es ein Toaster kann dann kann ich es auch. Don't call it Schnitzel Ach come on Das ist halt irgendwie Ist das jetzt ein Face-to-Face-Ding oder? Ist das dein Ernst? Los, Gottschmo tötet das Auto Oh nein Wir sehen uns mal den Tesla-Bogenprojektor aus Ah, hast du ja ausgerüstet Ja Ja, ich hab gedacht wir probieren es zumindest mal aus Ja, okay ALLES KLAAR Irgendwie hast du jetzt umgebracht Das war leider die Explosion von dem Auto Ah, das war mein Marschel Du hast nichts gesehen Du hast nichts gesehen Den Tübers-Bamu He's dead. Ihr pisse Schneeball. Kann sich doch nochmal angreifen. Wie wills? Was ist denn? Das habe ich immer gesagt. Kark, 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 alles wird aus Hack gemacht. Ich weiß nicht, dass ich meine Waffe weiß, sonst muss ich nachleihen. Sieh. Danke, Rangers. Steeltown würde heute sterben, wenn du nicht aufhörst. Great work. Ich gebe dir etwas, um die Attitude zu zeigen. Muskelgewebe, Polaroid-Foto, Zähne, Munition, Metz-Spritze, Dollar, Nase. Ein Kettensägenschwer, das 183 Schaden macht. Ja, das habe ich momentan ausgerüstet bei meinem Planter. Wie die immer daneben schlägt. Ey, in letzter Zeit hat sich nicht mehr so viel daneben geschlagen. Und die Achtsamkeit ist jetzt auch schon ziemlich weit oben. Haben wir nicht bei der auch bei der Waffe des Reichs eine höhere Treffer gefunden? Also da hast du die umgeskillt. Ne. Ich finde es gut, dass wir einfach 1100 Schuss 762 Munition haben, die gerne bei uns. Das ist glaube ich nur die von den Sturmgewehren. Bei uns spielt keiner mit dem Sturmgewehr. Ja, ich mag Sturmgewehr einfach nicht. Das ist irgendwie seltsam. Die fallen mir doch irgendwie auch. Guck, die machen halt irgendwie... Erbärmlich wenig Damage. Ja, ja. Und dafür halt 4 AP und so. Das finde ich einfach nicht gut. Da ist das Maschinengewehr halt einfach irgendwie geiler. Mhm. Oh, ich kann wieder Level. So, verrückte Wissenschaft auf 10. Glück nach oben. Ähm. Tiefe Skylighter noch nicht upgrade. So. Äh. Jetzt schau ich mal kurz ins Missionslog rein. Ich sp... Da meine ich nur noch Daddys kleines Geheimnis und der Verräter. Und dann müssen wir bei beiden zu Liberty, oder? Mhm. Japp. Dann... Dann... Sollten wir das... Warte mal, jetzt hätte ich vielleicht mal gucken sollen, warum wir da hin müssen. Aber ich vermute mal, du weißt das eh. Mhm. Wir könnten aber vorher noch einen kleinen Abstecher machen. Einen kleinen Abstecher ist immer gut. Ja, der ist eigentlich direkt vor dem Ziel, wo wir eigentlich hinwollen, also. Dann steh ich mal kurz vorher noch was ab. Was? So, denn... Der Ort heißt... Massaker Ort. Äh. Ist rechts unten. Ah, da, hier. Genau. Wir können auch noch schnell schauen, wo die Nuklearwaffe wäre. Westland... Ja, das wäre natürlich richtig Neues. Ähm... Taktische Nuklearwaffe. Und ihre Fundorte. Wer ist die automatische Waffe? Ist der Atomzerrschmetterer. Sturmgewehr. Schütz, die Wand ist für feiner Lager sein, werden die abgelenkt zum Ziel der Kurs überleben in der Geisterbande. Okay. Jetzt muss ich mich erstmal fighten. Hey! Jetzt wird das eh wieder so und so und so und so. Speedrun-Kampf wahrscheinlich. Bitteschön. Ich hab dir den Standort in... Whatsapp geschickt. In Whatsapp? Nein, net Whatsapp in Discord. In DMS, was? In DMS. Äh, du musst übrigens, glaub ich, demnächst unser Auto reparieren. Oh, ich seh's mal. Ja, dann... Wenn ich dran bin. Guck mal kurz Maschen... Maschenauslösen. Maschenauslöschung. Ah, der Tesla... Tesla-Bogenprojektor, der ist tatsächlich auch aufgelöst unter den besten Waffen. Flammensägenkanone, schwere Waffe, Schaden 350 bis 490. Ich hab ihn verkrüppelt. Ich hab ihn verkrüppelt. Geisteskrank, wieviel Damage das Ding einfach macht. Ich hab ihn nicht so gut. Ah, Lukas-Lukas. Ja, da... Oh... Fiechsch... Ja, richtig. Alter! Verlassen, wir können in Juma County... Wir können in der hintaltiger Scheiß Stufe 6 und Sprengstoff 7, um den Bunker zu öffnen. Wenn ich das krieg... in den Kontinenten die Berührung das ist jetzt halt so wild ja zu tun Neu mit dem Bild mit dem Titel ein Punkt wenn man noch mal mit mehr um krass der explodiert eh dann lol ich hab doch den Marine fertig alles klar das war ein falsches entscheid dann schlag ihn halt durch den Baum durch der Baum kann ich nicht brauchen später bin tot dabei jetzt und dann und dann und dann jetzt geladen und dann das ist immer noch das ist einfach so unfassbar grenztiv jetzt kommt der Baumhüpfer ja genau den der eh kein Leben mehr hat hey der hat auch den da oben kaputt gemacht stimmt dann repariert er halt den Kriegsroboter was ist mit ihm ignorant gesundheit ich mag hier was ist denn los mit denen er hat den Highground Feuerschild ok find's gut dass der Taus setzt jeden angreift der ein Feuerschild hat ja ich dachte mir auch jetzt sollte er kein Feuerschild mehr jetzt nicht mehr los mach den Bot fertig ja ich glaube ich muss jetzt zehn Pads haben glaube ich ich glaube ich müsste jetzt zehn Pads haben muss ich glaube ich mal durchzählen ein der uns auf der Kälte an ja ich greife da an, do weh nix 2 Schildpögerstreit Oh nein, ich habe die Bombe überfahren, da dürfen es aber noch weniger leben. Oh nein, ich habe die Bombe überfahren. 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 Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wir haben einfach zehn Pets. Oh nein, ich habe die Bombe überfahren. Oh nein, ich habe die Bombe überfahren. Oh nein, ich habe die Bombe überfahren. Alles klar. Dann one-shottet er dich halt fast. Okay, komm, mit dem einer hätten wir ihn noch gönnen können, oder? Nein. Aber der Klon hat doch für den einen Typ da oben fertig gemacht. Das ist mein Klon. Okay, quit. Das ist ein Speil zur Rasse. Ich fang komplett anders aus. Oh Mann. Äh, wo sind die Kisten? Ach, da oben. Schwerer Feuerlöscher. Geld. Okay. Los, Kinder, rein in den Schulbus. Also wir müssen jetzt zu dem Ding zwischen verlassene Ölquelle und Yuma County. Da muss irgendwas dazwischen sein. Aber nicht bei dem. Verlassene Ölquelle. Das muss irgendwo hier dazwischen sein. 등orten. Nee, dann zumal doch einfach da. Ja. Und man eh, mal zu. Aus diesem Tag. Einmal den langen Weg. Oh, Grisch. Da bin ich beinahe gegen den Ölturm gefahren. Wer sind sie und was tun sie in meinem Funkkanal? Tankt zuerst an der Werkstatt, ich komme in der Trittung und gebe in Lage, aber ich habe keine Sorge, ihr könnt sie nicht verfehlen. Wo gehst du? Ich weiß, wir hätten noch einfach abhauen. aber es gibt ja immer ein bisschen Loot Alles gut, Loot und EP Ich muss eigentlich gestehen, ich hatte bis jetzt irgendwie noch nie mitlesen als Hinterhalt Ja, ich auch nicht Ja, du Wäre komisch gewesen, wenn es anders gewesen wäre Ich hab Angst Na, ihr fleischigen Klump Bock auf ne Clusterbombe Schade, ich hab den hinten doch nicht mehr erwischt Der ist außer Reichweid, der ist nicht außer Reichweid Ich habe den Was ist sicher? Ich glaube, er mag sich immer mehr den Vollschleim. Ist aber ähnlich wie der 10 heilige Strahle. Ja, war ich wegen dem Fass, was explodiert ist. Ja, das ist auch gerade wieder 2 geholt. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Seid ihr jetzt bald fertig? Streitend, so streitend zur Tat. Also der Toaster ist halt, jetzt hat er wieder Angst. Ein Problem bei Riesenrobotern, aber jetzt bei so welchen Fleischklumpen schon. Ach, dafür kann der Toasterbogenprojekt, er hat keinen Sonderangriff. Was hat er nicht? Der hat keine Sonderattacke. Ach so, ja mein Gott, dafür macht es ja gut Schaden und benötigt nicht zu viel AP. Das kommt noch Schweren dazu. Ah, das wollte ich nicht. Stattoseffekte aufgeklappt. Okay, wow. Zwei Strahlung und schlägt schon daneben. Das ist halt einfach damit, weil immer allergisch ist. Äh, so. Ich will jetzt meine Nuka-Suka haben. Warte, 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 bevor du... Ich warte. Ah, stimmt, heilen. Oh, jetzt stoppt. So, also wir müssen irgendwo zwischen dem hier und dem hier muss es sein. Ich fahr jetzt einfach mal den Rand ab. Ja, das ist die beste Entscheidung. Wird einfach nicht deines gezeigt bei mir, krass. Ja, man sieht es auch relativ schlecht. Ich glaube hinterher dicker Scheiß war das, was wir brauchten, ne? Ein bisschen Sprengstoff. Lukasuka, Hammer. Takatuki war hier. So. Oh, hier stand der Takayuki, aber gut. 714 bis 1072 Schaden. Aber ich geh mal stark davon aus, dass es derbsten Umgebungsschaden macht. Also, mit Bedacht einsetzen. Nun ja, es ist ein tragbarer Atombombenwurf. Ich geh jetzt mal davon aus, dass der übelst viel Schaden macht. Vor allem alleine schon die Beschreibung der Munition, ich werde der Tod der Weltenzerstörer. Aber wir haben halt vier Stück davon. Ich glaube, ich nehme den Tesla-Bogenprojektor raus und packe dafür den rein. Man muss es einmal eingesetzt haben. Ich kann dich absolut verstehen. Spätestens beim Endboss werden, welches Ding benutzen. Dann kann ich endlich den Knaller zu. Soll kaputt machen oder Death kaputt machen? Soll kaputt machen, Death kaputt machen. Ach egal, Nuklearwaffe. Beide. Brandnietengewehr. Hm. Okay, es macht extrem wenig Damage. Okay. Oder wolltest du euch den Druze mal zeigen, oder? Da haben wir eng. Wir haben vier Stück. Cool, wenn man die erstellen könnte. Du kommst eh vor mir hin. Äh, dran halt so. Hast du noch freie Auswahl? Mhm. Ich muss erst mal nachladen. Was sind wir denn überhaupt? Okay. Okay. HUNDER DREKKUNGSFIRE! Heilige... Das ist ja nur noch pervers. Okay, ich hab einfach nicht getroffen bei 98% Trefferschance. Das ist in Ordnung. Hast du zu lange in die Atompilz geguckt? Ja. Wahrscheinlich, der ist blind. Wahrscheinlich, der ist blind. Hm. Ah, da kommt mir die Drone-Together-Szene in den Sinn. Wo Foxy Love doch, ähm, Dings, ähm, ähm, wolkenneue Sockenbart gezeigt hat, wie man, wie man sich selbst befriedigt, ne? Ja, 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 ja. Einfach die Augen, die Augenbrocken weggebraten. Äh. Ursula. Was denn kranker Shit-Grupp. Das wäre ja eigentlich, äh... Der Moment, wenn man, äh, zu dem... Zu Elipidie reingeht. Und dann einfach nur in den, in das Gebäude, einfach die Nuklearwaffe ritt. Alles tot. Hopfler, wir sollten sie doch eigentlich, ähm, nur gefallen werden. vorrücken ja noch die links kaputt ich glaube eh dass unser strahlzoni es erst zuerst fertig macht nur so ein crit ach komm ein schlag zu noch der strahl zu räumt auf mann mann dachte ich krieg den jetzt habe ich halt ap verschwendet damit hat er nicht gerechnet er brennt einfach wow jetzt ist ja auch davon ich habe sicherheit vom toaster ist vielleicht die beste ne aber wenn er trifft den macht es umso mehr schaden ja da geht aber auch irgendwie nicht näher hin der spielt irgendwie sniper ein toaster sein ein toaster sein ich wollte snoper sagen ne snoper ein snopster oder ein snoter excuse me der hat das überlebt wir haben 2022 ja excuse me der hat auch einfach mal fucking 3000 hp was zum teufel ja ist halt der boss von dem jetzt muss ja eh auf den die rakete gefeuert ja okay überladen das mal ja 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 Blut 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 Föder Schuss Hm Ich weiste auch einfach so extrem aus Heu Catch Don't 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 Fleisch Faust. Es sieht aus, als würdest du ihm keinen Schaden machen, auch wenn das erstmal über 100 damage sind. Alter, wie zäh. Das ist einfach geplatzt. Das ist einfach geplatzt. Das ist einfach geplatzt. Du hast nichts gesehen. Nee, tatsächlich nicht. Will ich wissen, was du getan hast? Ich hab doch vorhin überladen gedrückt, wenn du dich erinnerst. Ach, bist du explodiert? Ich wollte mich gerade selbst teilen und bin dabei draufgegangen. Großartig. Ist ja nicht so, dass wir es vorhin noch einmal erwähnt haben zur Erinnerung. Ich muss Wolfi halten. Leve Wolfgang. Schade, dass man mich nicht umbenennen kann. Fluff auf ihr Bein. Schau mich an. Schau mich an. Ja, du. Du heißt jetzt Wolfgang. Äh, Kiste hast du schon aufgemacht? Ja, ja, ja. Wir können weiter. Ja, wieder rein in den Schulbus. Hätte ich gesagt, dann fahren wir jetzt noch zu dem Punkt, wo wir hin wollten. Und dann... Mach mal einen Cut. Weil es ist schon wieder so spät. Was geht's? I cut my frog into pieces. This is my lab report. Welcome to the internet. Here are the pictures on some famous women's feet. Good. Come into the garage ASAP. I'll have my box till your car inside before the gang spots. Okay. Okay. You're the Desert Rangers, right? The ones, the Patriarch made a difference. Hatte gehofft, dass sie oft durch die Patriarche wieder eine Menge erledigt haben. Und wir haben nicht viel Zeit dafür. Das sieht so aus. So sieht... Also so sieht das aus. Keine zwei andere Arzt von dieses Liberty Buck können in ihrem Anwesen. Aber so wie es aussieht, brauchen wir einen taktischen Atom, um sie da rauszubekommen. Sie hat sich zu Königin dieser Heid gemacht. Namen sammler Piasos, letzten Dorsey, selbst die verdammte Gott anglück, ist in ihre Füße. Selbst so eine andere Truppe wie wir kämen da nicht rein, um sie lebend rauszuholen. So wie der Patriarch es will. Aber ich habe einen Plan. Eber mal langsam. Wer soll der bist du? Ich bin die verdammte Rettungsleine hier raus. Die Arschlöcher. Also etwas mehr Respekt bitte. Schreit er denn so? Ist er tau. Ich bin der Mechaniker. Das bedeutet, ich repariere Dinge. Für die Banden repariere ich Autos. Sie vertrauen mir, weil ich gut bin am Reparieren. Aber eigentlich für die Reparaturen von den Patriarchen doch. Zum Beispiel fühle ich Sand ins Kriben von Liberty's Coop, bevor sie losfährt. Dafür hat er mich hierher geschickt. Versteht ihr? Wir könnten jetzt mal zum Geschäft kommen. Wie hast du überhaupt überlebt? Wie wird die Anzolvi-Spion des Patriarchen getötet? Ich glaube die Wiese gebracht ist mir zu vertrauen. Schlauer Burschi. Nichts ist jemand der so schlau bist, wovor brauchst du uns? Wie lange brauche ich Patriarchen, um einen weiteren Spion einzuschleusen, wenn er mich erwischt? Richtig zu lange. Liberty klopft wahrscheinlich schon an seine Tür. Aber wenn du erwischt wirst, bin ich trotzdem noch hier mit Patriarchen und noch mehr entbehrliche Muskelprotze schicken, um die schmutzige Arbeit zu erledigen. Verstanden? So denkst du also über uns, was ist der Plan? Okay. Okay, listen. Die Gangs sind vielleicht treu, aber sie hassen sich gegenseitig. Ihr müsst nur versorgen, dass jede Bande denkt, die anderen wollen hier eins reinwürgen. Das ganze wird hochgehen. Hier im Munitionslager im Feuersturm. Die Pajassos und die Goldanderer gehen sich jeden Moment an die Gurgel. Sie brauchen nur noch einen kleinen Schubs. Der Namensamt ist es eh egal, mit dem sich mit den anderen anlegen oder mit sich selbst. Ich würde ja mit ihren Sklaven sprechen. Die wissen besten Bescheid über sämtliche Machtkämpfe. Ich habe einen Schlüssel bei dem Sklavenverschlag als Geschenk. Vielleicht für den etwas, um sich gegeneinander aufzubringen. Kriegen wir ein paar Infos, bevor wir gehen. Ich kann euch das grobe lieben. Ihr müsst euch schon den Rest gehören. Aber was wollt ihr was wissen? Die Namensammler? Pajassos? Die Gottangler? Die größte Bande und die härteste. Sklaventreiber lassen sich alle möglichen Körperstellen durch Löchern, richtige Barbaranen. Aber jeder von diesen Huren soll selbst Anführer sein. Deshalb kämpfen sie viel untereinander. Momentan ist T-Trap der Boss, der Korra halt verdrängt hat. Aber er muss sich jede Woche gegen seine Lieutenants behaupten. Sieht ständig über die eigene Schulter. Vielleicht könnt ihr das irgendwie ausnutzen. Ah, die Pajassos? Die Schwächsten unter dem Band, das wissen sie nur zu gut. Sie wollen unbedingt ernst genommen werden, was irgendwie witzig ist. Selbst nicht zu niemandem ernst. Der Freund stirbt. Wie lustig. Armer Paar. Dabei wollen sie nicht ernst nehmen. Schluss mit lustig. Der oberste Witz wollte sein Hennflick namens Lechirito. So einen kleinen Fiesling habe ich noch nie gesehen. Macht den zur Schnecke. Macht jeden zur Schnecke, deshalb haben sie ihn wohl zum Boss gemacht. Im Mundwerk hält keiner stand. Hallo, Robert. Hallo. Ich meine natürlich Anduin. 2-2-2-2-2-2-0-1. Die Schlimmsten von allem. Glauben sie, sie könnten mit den Himmelsgöttern reden, wenn die lebenden Menschen an Drachen festbinden und über den Morken fliegen lassen. Wer andere Band weiß übrigens, warum sie einen umbringen. Wie Gott, haben wir ja keinen blassen Schimmer. Der Anführer träumender Stern hält sich für den Messias. Er ist der Messias. Und er kann die anderen Band nicht ausstehen. Er ist nur da, wo er glaubt und kann er sich am besten am Patriarchen rächen. Sonst würde er sofort alle lebend auf Drachen spannen und den Sonnenuntergang reiten. Ja. Tue ich. Dorsi hat das doch nicht erwähnt. Vergesst die Dorsis. Die sind jetzt Libertys persönlicher Leibgarde. Sie verlassen das Anwesen nie und geben sich nicht mit anderen Banden ab. Außer bei den Richtungen. Wenn irgendein Idiot was dummes angestellt hat. Die Dorsis werdet ihr so oder so bekämpfen müssen. Ihr wollt ja... Aber ihr wollt ja nur sie bekämpfen, nicht wahr? Äh... Wo ist die Sklavenunterkunft? Direkt vor dem Hauptgebäude. Benutzt meinen Schlüssel und geht durch den Nebeneingang. So sehen euch die Banden. Da wird es echt ungemütlich. Alright then. Folgt der Rennstärke nach Norden. Dann kommt ihr zum Bandenanwesen. Aber kommt dem Eingang zwar nicht zu nahe. Die Wachen greifen alles an was zu nahe kommt. Mit Freude. Wenn ihr irgendwas braucht. Positionen, Waffen, Vorräte. Ich werde den Naturalien bezahlt. Deshalb habe ich einiges vorrätig. Ähm... Zeig mir deine Ware. Wie Weihnachten. Eine Lederbox. Ich glaube die hat hier auch eine gute Waffe. Beziehungsweise eine der... Genau. Atom Zerschmetterer. Ein Sturmgewehr. Ich dachte Sturmgewehre sind... Aber ist auch wieder so eine Energiewaffe. Javelin hat da... Eine Minigun. Mit einer Plasma-Faust. Ein Minigun. Ein bezaubernder Name für eine hyperschnelle Kanone, die Menschen in den roten Nebel verwandelt. Hey! Wir haben jetzt kaum noch Roboter und Fahrzeuge vor uns. Ich würde mir gerne die Minigun holen. Einfach nur aus dem Grund, dass sie 762-Munition brauchen. Ich höre nichts mehr. Ich höre nichts mehr. Wieso das denn? Jetzt höre ich nichts mehr. Hallo? Ähm. Na jetzt ja. Mein Gott, ich bin wieder auf den blöden Knopf gekommen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube ich kaufe mir die Minigun einfach nur aus dem Grund, weil sie 762-Munition brauchen. von der 4131 Schuss haben. Von der 4131 Schuss haben. Ach komm, was soll's. Wir haben ja genug. Verkauf erst mal ein bisschen Müll. Oh, ein Opti-Laser 9000. Jetzt müssen wir die doch mal aus. Ja, dann auch noch gute Waffen-Modifikationen. Das Ding muss mal ein bisschen frisieren. Das ist ja schön. Okay, dann. Er hat noch ein Scharfschützengewehr. Hast du es gesehen? Nein. Der Eliminator. Und eine Pumpgun. Pumpshotgun. Ich bin mir gerade nicht sicher. Nein, mein Bolzenwaffer macht deutlich mehr Schaden. Okay. Obwohl, nein. Ich bin dumm. Natürlich macht das Ding mehr Schaden. Und hat mehr Reichweite. Wir müssen aber noch was verkaufen. Schau mal, ich habe jetzt auch gerade den Aufreißer eingekauft. Der war stärkeren Maschinengun. Wir haben aber nichts mehr. Ach schon, wir haben ja noch genug Scheiß, den wir verkaufen können. Ja, eben. Wir haben ganz viel Scheiß, den wir verkaufen können. Dann verkauf du mal den Scheiß. Okay. Ich muss wieder erstmal hin. Dann schauen wir uns jetzt mal die Waffen an. Was können wir alles verkaufen? Das können wir verkaufen. Dann schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben eigentlich wieder genug Geld, also und dabei haben wir noch Rüstzeug, was wir auch noch ewig verkaufen können, also wir haben noch ewig Proviant. Also ich habe übrigens gerade Geld ausgegeben. Ja, alles gut. Was war da noch, eine Flinte oder was? Shotgun, Pump Shotgun. Der Presslufthammer. Eine viel weniger zivilisierte Waffe aus einem viel zivilisierten Zeitalter. Jede Kugel zählt vorher, ein einzelnes Trefferschance von plus 30, aber minus 50% Steuerung. Streuung. Steuerung. Ja, eigentlich bin ich mit meinem komischen Gallenwerfer eigentlich sehr zufrieden. Ja, dann ist das so. Stell ich mal lieber nochmal einen verbesserten davon her. Ich muss erstmal den Eliminator wiederfinden. Modifizieren muss ich ihn auch noch. Ich muss auch noch die Modifikation aus dem alten jetzt noch rausholen. Ich glaube nicht, dass ich die rausnehmen kann. Doch. Sollte eigentlich gehen. Sollte eigentlich gehen. Klick einfach mal nur drauf. Doppelklick einfach auf Lauf. Passiert bei mir gar nichts. Okay. Nicht rausziehen, sondern einfach... Okay. Okay. Warte mal, ich wähle mal einen I-Nasen und probiere es damit. Ne. Geht nicht. Aber jetzt warte mal, habe ich den überhaupt bei Waffen... doch Waffenmodifikation muss ich bei dem eigentlich schon oft gesehen haben. Ja. Da geht es auch nur dann, wie du ausgerüstet hast, gegebenenfalls. Da muss man... Ich glaube es zwar nicht, aber... Kann sie halt zerlegen. Zersetzen mit anderen Modifikationsdingern? Das muss ja... Ah! Das kann ja sein mit zerlegen. Ja klar. Schau mal. Hast du... Ich glaube bei Vorteil musst du aber noch schauen, dass... Äh... Nein. Das hat schon mal nicht funktioniert. War das... Moment... War das auch nicht, dass du einen Vorteil benötigst, dass du auch alles zurückkriegst? Waffenmodifizierung, Profi-Zerleger. Und 30% mehr Schraub. Beim Zerlegen vor allem steht eine Chance Waffenmods zu erhalten, aber nicht... Hm... Ja, die Waffenmods zu erhalten ist jetzt wahrscheinlich genau das, was... das gedacht war. Hm. Gut. Ne, dann... hat sie das erledigt. Kann man halt nicht. Egal. So. Da ist wieder seine Waffen. Okay. Dann... Okay, jetzt geht's hier dann rein. Okay. Guten Abend. Sammler-Mine. Godangler-Windpark. Colorado. Na, wir wollten jeden Cut machen. Ja. Ich hab's mal kurz nach angeschaut, wo's hier weitergeht. So. Äh... Spiel... Okay. Dann halt nicht. Ich wollte ja die Spiel speichern drücken. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Speichern überschreiben. Wieso ist das eigentlich... Keiner online. was ist das Ding schon? Na, spatt mal das Ding schon mal. Ihr gespeichert. Okay, ich finde gerade tatsächlich niemanden, den wir raiden können. Dann sage ich an der Stelle jetzt einfach mal grüßli-müßli und so und danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal noch einen wunderschönen Abend und bis dann. Bye-bye.